Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans in der Sparkassen-Arena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und dem Aufsteiger HC Erlangen. Die Partie endete 23-22 für den THW Kiel. Zur Halbzeit stand es 11-11. Bester Torschütze war Johan Canejas mit 14-7 Treffern. Als Gesprächspartner begrüße ich heute von den Gästen Trainer Frank Bergemann und den Geschäftsführer Stefan Adam sowie vom THW Kiel, Trainer Alfred Gislason und Geschäftsführer Thorsten Sturm. Herr Bergemann, Ihr Statement zum Spiel bitte. Schönen guten Abend. Glückwunsch natürlich an Alfred und Glückwunsch an Kiel. Auch wenn es mir sehr schwer fällt. Wir haben uns vorgenommen, hier ein bisschen die Halle ruhig zu halten. Wir haben uns vorgenommen, gut Abwehr zu spielen. Und wir haben uns vor allem vorgenommen, in der Rückzugsphase gegen die Mannschaft, die den schnellsten Handball der Welt von hinten rausspielen kann, zu bestehen. Ich muss meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen. Wir haben diese Punkte eigentlich, glaube ich, sehr gut gelöst. Wir haben in der Abwehr, obwohl unser Abwehrchef Sebastian Preiß heute nicht dabei war, versucht sehr gut zu arbeiten und auch den Druck ein bisschen auf den Rückraum zu legen von Kiel. Und haben vorne versucht, den Ball gut laufen zu lassen, haben ganz gut kompensiert die Abwehrumstellungen. Und am Schluss hat halt ein bisschen die individuelle Klasse dann einfach das Spiel ein Quäntchen für Kiel entschieden aus meiner Sicht. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Statement. Alfred, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Also eigentlich sollte ich sagen, Frank, es liegt Glückwunsch zum Punkt. Oder zwei, er hätte eigentlich verdient. Wie wir gespielt haben, bin ich natürlich alles andere als zufrieden. Wir haben extrem viele technische Fehler gemacht, besonders in der ersten Halbzeit. Es sah so aus, als wäre ich nicht so richtig da. Und auch viel verworfen, dann, wenn wir ein bisschen Geduld hatten, den Angriff haben wir dann doch freistehend teilweise verworfen, übers Tor geworfen oder was auch immer. Und sicherlich war das in dem Sinne nicht dann unser Spiel. Und ich denke, ich weiß nicht, in der ersten Halbzeit haben wir acht Gegenstoßtore kassiert und wieder neun technische Fehler gemacht. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber trotzdem muss man sagen, dass Erlangen, wie besonders zu Hause, wirklich sehr gut gespielt hat und sehr gute Abwehr gehabt hat mit guten Torhütern. Und haben auch sehr lange Angriffe gespielt und sicherlich auch sehr diszipliniert gespielt. Und deswegen haben wir auch irgendwie Riesenprobleme und eigentlich, was ich sagen muss, ist schon ein Lob an meiner Mannschaft, dass sie doch nach drei Toren Rückstand sehr gut gekämpft haben. In Abwehr besonders und dann doch die Übersicht behalten, am Ende, um sicherlich auch mit Glück das Spiel zu gewinnen. Und es sah ein bisschen danach aus, als wäre der eine oder andere schon mit Kopf in Paris. Aber trotzdem ist es auch so, dass auch Erlangen hätte auch gewinnen können oder müssen in Berlin zum Beispiel. Und es ist dann wirklich eine große Bereicherung für die Liga. Also wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Und deswegen bin ich zufrieden, aber nicht mit unserem Spiel. Vielen Dank, Alfred. Stefan, deine Rückkehr nach Kiel. Hattest du es dir so spannend, so dramatisch vorgestellt, den Abend? Ja, erstmal auch von mir nochmal Glückwunsch an Alfred und Theo zum Sieg. Ja gut, ich meine, wir haben uns viel vorgenommen. Das tut fast jeder, wenn er nach Kiel fährt. Und jeder hofft, das hier so lange wie möglich offen zu halten. Und das haben wir auch weitestgehend geschafft. Von daher kann man heute wirklich sicherlich stolz auf die Mannschaft sein, wie sie sich hier präsentiert hat. Und wie sie sich auch nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Das Publikum kam ja dann auch in kritischen Phasen und merkte, dass heute die Mannschaft hier in Kiel die Unterstützung auch braucht. Und da haben wir uns auch in hektischen Phasen nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben unseren Stiefel weiter runtergespielt. Am Ende ist es natürlich schade und deswegen sind wir sicherlich auch ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht zumindest einen Punkt jetzt mitgenommen haben. Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dass ich das jetzt hier sage, dann hätte ich dem das nicht geglaubt. Also von daher mit ein bisschen Abstand, glaube ich, wie gesagt, kann man stolz darauf sein, wie unsere Mannschaft sich hier präsentiert hat. Und ja, wir müssen konsequent unseren Weg weitergehen. Ich hoffe, dass der Basti Preiss jetzt wieder in Kürze ins Team zurückkehrt und weiter fleißig unsere Punkte sammeln. Denn wir wollen in den nächsten Jahren ja noch öfter auch hier hinkommen. Und ja, ansonsten alles Gute für Alfred, unser Team und den THW und bis demnächst. Vielen Dank, Stefan. Thorsten, ein Spiel mit Puls heute, kann man glaube ich so sagen. Jetzt drei schwere Spiele in einer Woche vor der Brust. Bleibt der Puls beständig oben? Ich fand das heute schon schwer genug. Also muss man ja wirklich sagen, dass Erlang heute eine tolle Leistung hier gebracht hat. Da war sicherlich mehr drin. Einer war vielleicht noch besser, das war Joan Caneas. Der hat noch besser gespielt als Erlang. Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich heute nicht die Punkte hier behalten. Und die sind ja doch recht wichtig. Und wie Alfred schon sagte, also es ist natürlich immer schwierig. Ich hoffe ja immer, dass nach einem schlechten Spielen Gutes kommt. Und dann müssten wir ja eigentlich in Paris gut spielen. Und ich glaube, dass tatsächlich schon der ein oder andere auch daran gedacht hat. Das ist auch nicht immer so einfach für die Spieler, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Aber es ist auch schön, wenn man mal am Ende ein bisschen Glück hat. Das tut irgendwie gut. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Beteiligten? Alle sind wunschlos glücklich tatsächlich. Wir sehen uns wieder hier zum Champions League Doppelpack gegen Paris am 22. November und Zagreb am 26. November. Für beide Spiele gibt es noch Tickets. Also scheuen Sie sich nicht und holen Sie sich Karten. In Kiel ist immer eine Menge los. Alfred und unserer Mannschaft wünschen wir natürlich viel Erfolg für die kommenden Aufgaben in Paris und Göppingen. Und unserem Gegner eine gute Heimfahrt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause und Tschüss.